Herzlich willkommen. Heute sehen wir uns gemeinsam an, welche Optionen der frei finanzierte Wiener Wohnungsmarkt für Singles mit kleinem Budget bietet. Als Budgetgrenzen haben wir uns 800 Euro Bruttomiete pro Monat bzw. den Bruttokaufpreis in Höhe von 200.000 Euro gesetzt. Starten wir los. Gut, sehen wir uns zunächst die Kriterien an. Da Wohnungen in Wien ohnehin eine definierte Mindestgröße von 30 Quadratmetern haben müssen und das Wohnen als Single auch in einer Gasonierturcher Spaß machen kann, setzen wir diesbezüglich keine Mindeststandards. Im Sinne der Budgetinhaltung nehmen wir eine 35 Quadratmeter große Wohnung als Referenzwert. Interessanter sind die Ansprüche an die Wohngegend hinsichtlich der Kriterien Nähe und Anbindung zu ihren Arbeitsplätzen, Nähe zu Flughäfen und Bahnhöfen, Sportmöglichkeiten und Naherholungsgebieten, Kultur- und Freizeitangeboten, gastronomischem Angebot sowie soziale Lage und Renommee des Standortes. Selbstverständlich sind die Ansprüche hier sehr unterschiedlich. Sehen wir uns hier also zunächst unsere Musterpersonas an. Christina ist Berufsanwärterin in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfungskanzlei im ersten Bezirk. Die meisten ihrer Mandanten erreicht sie bei Zug. Gelegentlich muss sie auch fliegen. Die restliche Zeit arbeitet sie meist in der Kanzlei. In ihrer Freizeit geht sie gerne in die Oper oder in Musicals oder sie trifft sich mit Freunden. Ihr Essen bereitet sie am liebsten selbst zu und nimmt dieses mit. Für sie sind also eine gute Anbindung an den ersten Bezirk sowie zum Hauptbahnhof wichtig. Auch ein Lebensmittler sollte in der Nähe der Wohnung sein. Heinz ist ITler. Er arbeitet viel von zu Hause. Zum Ausgleich fährt er gerne mit dem Fahrrad. Am besten direkt von zu Hause los, weshalb ihm eine grüne Umgebung wichtig ist. Da das Kochen nicht zu seinen absoluten Stärken zählt, sind ihm auch gute Restaurants in der näheren Umgebung wichtig. Welche Optionen bietet der Wiener Wohnungsmarkt nun für die beiden, wenn sie im Miet- bzw. Kaufbudget bleiben möchten? Beginnen wir zunächst mit der guten Nachricht auf der linken Seite der Grafik. Mit einem Budget von 800 Euro pro Monat kann man sich in jedem Grätzl Wiens eine Mietwohnung leisten. Außerhalb der Innenstadt würden sogar 700 Euro ausreichen, um sich die Bruttomiete inklusive und Hausbetriebskosten leisten zu können. Deutlich weniger einheitlich sieht die Karte aus, wenn es darum geht, sich mit maximal 200.000 Euro eine Grasoniere zu kaufen. Vereinfacht gesagt ist es nur in Randlagen in den Bezirken 10, 11, 14, 21, 22 und 23 sowie in wenigen Grätzln im 16. und 17. Bezirk möglich. Welche Bezirksteile sind also nun für Christina besonders interessant und passen preislich ins Budget? Falls Christina sich entscheidet zu mieten, kommen im Wesentlichen die inneren Bezirke 1, 3, 4 und 5 sowie knapp manche Teile des zweiten und sechsten Bezirkes in Frage. Die Aussage basiert auf der Nebenbedingung, dass die U-Bahn-Station nicht mehr als fünf Minuten entfernt ist. In der Praxis fällt hierdurch auch das Fasanviertel im dritten Bezirk weg, da die U-Bahn-Anbindung nicht gegeben ist. Sollte sie sich für einen Außenbezirk entscheiden wollen, kommen die Bezirksteile Innerfavoriten, Greta Viertel und Zentrum Simmering in Frage. Sollte Christina sich entscheiden, eine Wohnung kaufen zu wollen, bleiben nur die letztgenannten Bezirksteile über. Für Heinz sind die Grünflächen und das Gastronomieangebot wichtig. Falls er sich entscheidet zu mieten, kommen im Wesentlichen die Bezirksteile Oberla, Albarn-Kaiser-Ebersdorf, Obersankt-Veit, Hadersdorf, Neuwald-Eck, Bötzleinsdorf, Nussdorf-Grinsing-Sievering, Salmansdorf-Döblinger-Kottage, Strebersdorf-Stammersdorf, Süßenbrunn, Rodauen und Mauer in Frage. In der Praxis werden Albarn-Kaiser-Ebersdorf und möglicherweise auch Oberla aufgrund des Fluglärms für einen konzentrierten Homeworker eher ausfallen. Sollte Heinz sich entscheiden, eine Wohnung kaufen zu wollen, bleiben de facto nur noch die Bezirksteile Oberla, Hadersdorf, Strebersdorf, Stammersdorf und Süßenbrunn über. Welche Bezirksteile würden wir Heinz und Christina also nun empfehlen? Sehen wir uns gemeinsam die Optionen sowie ihre Vor- und Nachteile gemeinsam an. Ladies first. Wenn sich Christina entscheidet, zur Mitte zu wohnen, würden wir die Bezirksteile Ungergasse-Botschaftsviertel, Freihausviertel, Schleifmüllviertel oder Margaretenplatz-Mittersteig empfehlen. Diese bieten alle ein relativ großes kulturelles Angebot und an einem warmen Tag kann sie zu Fuß ins Büro gehen. Auch sind wahlweise der Rochusmarkt bzw. der Maschenmarkt in der Nähe, sodass Christina gute Zutaten für ihre Speisen einkaufen gehen kann. Sollte sie sich entscheiden, eine Wohnung zu kaufen, fällt unsere Empfehlung eindeutig auf ihre Favoriten. Zum einen ist die Verkehrssituation noch etwas besser als in anderen Bezirksteilen, zum anderen handelt es sich um eine relativ junge Gegend, in der sie sich wohlfühlen wird. Welche Empfehlungen haben wir für Heinz? Wenn er sich entscheidet, zum Mieter zu wohnen, würden wir ihm die Bezirksteile Neuwald-Eck, Bötzlandsdorf, Nussdorf-Grinsing-Sievering, Salmansdorf-Döblinger-Kottage, Strebersdorf-Stammersdorf oder Rodaun empfehlen. Alle bieten viel Grün, schöne Radwege und ein vielfältiges gastronomisches Angebot. Sollte er sich entscheiden, eine Wohnung zu kaufen, fällt unsere Empfehlung auf Strebersdorf-Stammersdorf. Sollte ihn der Fluglern nicht allzu zerstören, eventuell auch auf Oberlau. Selbstverständlich hat eine solche Analyse keinen Anspruch auf absolute Objektivität. Haltet wir unsere Bezirksleitvorschläge für eine gute Wahl? Schreibt es uns unten in den Kommentaren. Ja und wenn es euch gefallen hat, schenkt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Bis bald!